Hallo YouTube und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Ultra Hardcore Ja Wieder im Kaim Erstmal hol ich mir die Sachen weiter hier raus Tschüss, wir haben heute Gold Okay, und dann haben wir uns Wollten wir jetzt gegen Dingens kämpfen, ne? Wenn der Mensch war vorher raus, holen wir mal hier die Dinger an Wo sind wir da, als der Crafting zurück ist? Okay, ich geh schon mal kämpfen Oh ne, wir müssen auf Nacht warten Ja Okay, dann warten wir kurz, Tschüss So, es ist jetzt Nacht Oder es wird jetzt glaub ich Nacht Ich muss auch die Dinger craften Was ist? Ich muss auch die Tränke craften, Junge Was braucht sich zur Verstärkung? Glowstone, ne? Was hätten wir mal in der Zeit machen sollen? Ähm Wie zur Verstärkung, weiß ich nicht Nicht Glowstone Nicht Glowstone Äh, Glowstone meine ich ja, Entschuldigung Oder... Ja, ich hab Angst Ich hab Angst What the hell Aua Woll Warum keine Geduld vor Frauen, letztes Mal hab ich doch auch Ich mach jetzt auch noch die Kühe schnell Leute, warum ist die Scheiß-Wiki denn auf Gehindert? Das Viki ist gerade hier auf Schwedisch oder so. Schwedisch. Ich bin das. Boah, ich bin schon über 44. Das ist kein... Nein, ich bin schon. Okay, dann machen wir kurz wieder Pause, oder? Oder lassen wir. Nein, das verschwendet. Machen wir auch Closed on. Okay, dann warten wir so lange. Bis gleich. So, da sind wir wieder. So, ist jetzt kurz vor Nacht und wir haben jetzt in der Zeit hier die Splash Potions gemacht und wir hallen uns jetzt mit einem, ne? Ja, eins hab ich jetzt hier in der Hand. Okay. Eins, zwei, drei. Ja, ist ja okay. Okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen mehr... Ich würde sagen, vier hoch machen wir uns dann, ja? Aber von bei vier hoch kann man die, glaube ich, nicht mehr so gut hauen. Ja, aber trotzdem kann man die hauen. Das ist dann sicherer. Oh, ich muss mal Kabel dann nehmen, mit zu stecken. So. Okay. Nerv nicht. Okay, komm. Junge. Ja. 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 Scheiß drauf. Ja, Junge. Dreht ein Creeper einfach nur. Dreht ein Creeper. Creeper. Sag doch was. Ey, das ist ein Jockey. Alter Jockey. Lauf weg. Lauf weg. Lauf weg einfach. Lauf weg. Hinter dir ist noch einer. Lauf weg einfach, ja. Vor dem Jockey. Ja. Noch ein Enderman. Und ein Creepy Creep. Und ein Spinny Spinny. Und ich hab so Angst vor den ganzen Mobs. Nein! Ich hab mir aber kein Leben abgezogen. Mir auch nicht, wa? Warte. Was ist los hier? Mal hoch. Wieso ein hoch? Bist du doof? Vielleicht in der Nähe einer. Wenn keiner in der Nähe ist, geh ich runter. Ich find aber in Zwecks sieht der Sand richtig behindert aus. Ja, ja. Einfach nur so Wellen. Sieht so aus wie so Vanille-Eis. Vanille-Eis? Das wird nicht mit Jock geschrieben. Einfach nur Vanille-Eis. Das heißt nur Vanille. Nein. Das heißt Vanille-Or. Das ist voll geil, das so auszusprechen. Okay, hier sind keine Mongo-Kinder. Nee. Junge, ich hasse das! Vielleicht auf der Seite hier. Ich weiß nicht, oder? Das sind eine Mobstars, Junge, aber das ist nur so behindert. Ja, komm, das runtergehen einfach. Einfach runterspringen, ne? Ja. Ja. Wie sieht man hier aus? Ja. Immer. Normal. Wie können wir da hinten hinspringen? Guck mal. Ach, dann hab ich ein Schwerwerk geworfen. Alter, hier ist ein Zombie-Boss oder was ist das hier? Da muss ich mal aufpassen. Das war einfach scheiß mit den behinderten Männern, finde ich. Junge, wenn man auf die Treppe runtergeht, Alter, wie viele Ding-Mobster sind. Jetzt kommen die Treppe hoch. Fickt euch. Wissen du, Alter. Auf der Treppe. Bist du ein verrückter Mongo? Unsere Treppe. Unsere Treppe. Vier Stück. Boah, Junge. Fass. Nein. Das war so knapp gerade. Das war so knapp. Kacken, Alter. Ihr wollt ja wieder kein Leben verloren. Also willst du hier Endemens finden? Wie soll das gehen? Endemens sterben bei Tark, oder? Ja. Warum? Da ist ein Creeper-Tender, der kommt gerade, glaube ich. Das ist natürlich nicht gut, ne? Das könnte man nicht als optimal bezeichnen. Ah, das ist einfach scheiße, ist das. Hier ist kein Creeper, ne? Ich gebe gleich mal ein, äh, in YouTube nach dem Pulse, Das ist einfach so klar. Boah, ist das geil, Alter. Einfach nur rumlaufen und die Gegend genießen. Und mich hat gerade fast ein Xil getroffen, aber ich war so schnell, dass ich es mich getroffen hatte. Ich habe keinen Schaden bekommen. Hä? Ist so, ich wurde ungefähr schon dreimal getroffen oder so. Ich auch. Ich habe keinen Schaden bekommen. Junge, da sind ungefähr 30 Skelette hinter dir, Herr. Ich weiß. So viele. Geil, jetzt drehen sie sich um und sind hinter mir. Ach, hinter mir, Herr. Ich gehe einfach woanders rum um den Berg. Und treffe uns direkt wieder, hallo. Boah, ne, das ist schon geil hier, ne? Das muss ich schon dazu sagen. Boah, ich habe einen Zentimeter oder so. Geil, zwei Creeper. Man findet hier einfach nichts, das ist einfach scheiße. Alter. Zwölf Ender-Augen. Dann kommt mal einen, alter. Hast du schon einen? Ne, ne? Ja, ich auch. Ja, in der Kiste, aber nicht hier vorbei. Ja, ja. Ich habe noch nicht mal einen Enderman gefunden, Junge. Ja, ich gehe nach Hause. Gehe nach Hause und dann gebe ich das bei YouTube ein, dann gucke ich mal. Das ist doch geil, lass mal weiter rumlaufen. Das war voll... Ja. Man findet voll viel. Voll geil. Okay, ich mache so einen Aufnahmestopp. Okay. Okay, wieder da. Ja. Wir versuchen jetzt noch einmal. Ich habe jetzt zwar geguckt, aber es gibt einfach keinen Tipp, wie man schneller Enderman findet. Es gibt zwar einen Tipp, aber das ist... das... ist nicht wirklich das Wahre. Das hilft jetzt nicht, Enderman zu finden. Bist du schon aus unserem Haus raus? Ja. Okay, gut, weil du sagst, in unserem Haus steht ein Enderman. Ein Enderman? Wird gerade Tage oder wird gerade morgen? Lauer doch nicht, ein Enderman. Ähm... Creeper. Alter, ich dachte gerade so doof, alter. Da ist einer ohne Kopf. Du willst gerade nacht, glaube... ja... ja. Da hinten ist einer. Noch einer. Zwei Stück? Ja. Wehe, die droppen nix. Wenn die nix droppen, alter, dann gebe ich auf. Tu ich mich selber. Das ist gleich hinter dir. Zähle das. Hö. Schnell. Das ist tot. Ja, man kann die nachhauen. Hey, ich höre nix bei Minecraft. Neu! Da hab ich gerade nämlich gespawndet. Ja, komm doch, du doof. Ja! Nein, aber da ist Creeper. Huch, Glück gehabt. Ich kann ja nicht... Ich kann nicht. Warte. Bist du doof? Warum ist er explodiert? Von mir wurde ich gerade getroffen. Hä? Ich krieg gerade gar kein Damage. Junge, der ist genau vor dir ge... 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 explodiert, ne? Ich bin schon längst weggelaufen. Ne, bei mir ist... da hinten ist noch ein Jockey. Siehst du, wo ich stehe? Siehst du, wo ich stehe? Ja. Guck mal bitte. Ich stand hier bei mir. Warte, ich guck mal den Enderman an. Wo ist denn der? Ja, okay. Der ist weg. Zwei Enderpellen. Wir brauchen noch 10. Ne, wir brauchen noch viel mehr. Um das Ding zu suchen, überhaupt. Das war einfach scheiß. Na 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 na. Wenigstens haben wir jetzt zwei gefunden. Da wissen wir, dass es nicht unmöglich ist. Und von... Auf mich, eher gesagt. Scheiße. Ich hab mir keinen Schaden gemacht, jawoll. Die Rüstung ist so Hammer, Junge. Ist so. Ich hab mich zweimal... Wo bist du? Du meinst schon nicht alleine. Alter, bleib mal stehen. Scheiße, ich hab den Schaden bekommen. Alter, ich rennen. Lauf. Geh weg. Hinten, neben dir. Oh! Junge, hinter dir kommt noch einer. Lauf, lieber. Oh, das war elegant gelöst. Hast du gesehen? Ne, ne. Ich bin einmal um den Bruder rumgelaufen, da hab ich den so verwirrt. Jawoll, ne, kein Damage bekommen. Scheiße, jetzt der Agro auf mich. Das ist echt behindert, wie viele Mobs hier spawnen. Da haben einfach mal so gar keinen Ender, mein. Einfach mal so gar keiner. Ne, wir haben gerade zwei. Immer sind... die sind immer so zu zweit. Und einer verschwindet dann immer. Wo bist du? Na, okay, da. Ich muss hier ein bisschen weiter nach links gehen. Sechs mal. Oh oh. Alter. Bist du hinter mir? Ja. Zehn Meter. Okay, lass noch eine Runde drehen. Noch ist hier noch Nacht. Alter. Ich bin direkt hinter dir. Ich bin direkt hinter dir. Blau. Blau oder nicht. Direkt einfach auf mich schubsen. Denn das ist ein Skat-Ago. Habst du getroffen, ne? Ja, ja. Und wo bist du? Bist du hochgegangen? Warum gehst du hoch? Hinter dir ist alles her, ne? Ja, wo ich gewacht hab. Ja, seh ich grad nicht. Komm wieder runter, Junge. Ja. LOL. Zwei Endermänner. LOL. Nur noch 15. Hat mir grad zwei abgezogen. Ich war auch nur noch 15. Das ist einfach so scheiße mit den behinderten Endermännern. Oh ne, jetzt kommt ja auch noch eine Spinne, Alter. Wo bist du? Wo sind die Endermänner? Da, hier hinten. Ah, okay. Ja, gute Beschreibung. Krass. Da wo die auch eben waren. Kacken, Alter. Hesenskelett. Seh dich nicht. Wo bist du? Kacken, Alter. Der zieht mich voll. Soll ich einen angucken? Mach ich jetzt. Ich guck grad einen an, aber der sieht mich anscheinend nicht. Ich guck auch einen an, der sieht mich, aber der macht nix. Hallo? Junge, ich kann einen da runter schlagen. Hinter dir ist ein Skelett. Warte, ich komm. Ich komm. Ich komm zu dir. Junge, ich schwöre die Skelette am Aim-Board oder so. Jawohl. Alter. Alter. Stör vom Regen. Wo ist der? Es regnet doch gar nicht. Doch, hier schon. Alter, wie behindert. Hier vorne steht einer. Ich weiß aber nicht, ob das deiner ist. Führte einfach, ich bin in unser Haus gerannt. Bei uns vor unserem Haus war ein Creeper. Alter. Hör ich an. Noch 13 nehmen, also das so behindert einfach nur. Okay. Alter. Ah ne, der hat sich ins Regen teleportiert und jetzt kommt der nicht mehr oder was? Oh, ist der doof, Alter. Dann soll der andere da hinten kommen. Boah, mein Name. Ich hab einmal den Creeper getroffen. Noch ein zweites Mal. Oh ne, jetzt hab ich die Kuh getroffen. Alter Enderman, bist du eigentlich doof. Schießen wir das einfach ab. Boah, hast du gegeben, mein Freund. Der Kuh gibt's in der Hölle, aber da haben sie richtig viele. Junge, der guckt mich nicht an. Ja, endlich, Alter. Hast du auch mal gecheckt, dass ich angucke, du doof. Regnet's noch bei dir? Ja. Mach mal schnell toggle down vor, bevor der sich teleportiert. Das war Cheating eigentlich. Neue, ich hab mal geschafft, das Hühnchentor aufzumachen, ohne dass eigentlich Hühnchen rausgelaufen ist. Der hat nichts gedroppt, die Ratte. Wir wachen jetzt bis zur nächsten Nacht. Ja. Kacken, Alter. Hinter mir sind Creeper hier. Ah, hier ist auch noch ein Skelett. Nein, nein, nein. Und ne... Oh, nein, nein. Das glaube ich jetzt nicht. Wie wir einfach wieder alle Herzen verlieren. So traurig. Die sind einfach zu gut. Die sind einfach zu gut. Das ist einfach behindert. Ja, Junge, die Skelette sind zu gut als die am Aim-Bot. Ja, okay, dann sehen wir uns in der nächsten Nacht. Tschüss.